So, willkommen zurück zu Borderlands. Ach, jetzt weiß ich, wo das Teil ist. So, und uns. Ich bin schon gefreut. Ja, wir haben Munitionsprobleme. Ich habe drei Munnen gefunden, irgendwo. Nice. Ich habe 34 Lebenspunkte und... Das wäre für mich kein Problem. Ich habe noch ein volles Magazin, so dass ich immer noch Leben regenerieren kann. Tja, dann müssen wir halt damit leben. Oh, ich habe gerade Munition gefunden. Cool, jetzt habe ich... Ungefähr drei Magazine für die Waffe, ja. Äh, hier ist noch mehr. Ich weiß nicht, ob du das brauchst. Also ich werde zukünftig auf Schrotflinte gehen. Das brauche ich nicht, ne. Dann gucke ich mal, wie ich das anrichtet brauche. Im Moment. Nope. Überhaupt nicht. Nicht noch Granaten. Das sieht aus wie so, äh... Das ist, glaube ich, so ein Schnellfeuermagazin, ne? So für, äh... Schnellfeuermagazin, ne? Äh... SMG-mäßig, ja. Es gibt, äh... Einmal Gewehr, dann gibt es SMG und dann gibt es Pistolen. Also es sind so fünf verschiedene Munitionstypen, die wir hier haben. Und Granaten auch noch. Können wir mal gucken. Äh... Man kann es ja hier sehen. Ich sehe schon mal zwei Fässer, die man explodieren lassen kann, aber noch keine Gegner. Hm? Moment, Heuss, Claptrap? Was soll man das zuerst machen? Äh... Steckt irgendwo fest? Gebt mal Schein, wenn du mit dem Job fertig bist! Bleibt's mit dem Job, den ich dir gegeben habe? Gebt mal Schein, wenn du mit dem Job fertig bist! Äh, ja. Welcher Job? Gute Frage. Nachdem wir Hans von Check dich im Winzer... Ups... Boah, ist das Text. Äh... Hat den Schlüssel zu Claptaps Schiff. Wenn du nach Sanctuary willst, musst du ihn killen und ihn... Also wir müssen... Super! Wir müssen also jemanden killen. Ohne Munition. Mit wenig Leben. Kriegen Munition, indem wir Leute killen. Ja, auf jeden Fall. Oder wir finden es einfach. Ja. Hier mal kurz... Gameplay... Ja, Quatsch. Grafik. Ups. Oh, mal unbegrenzt. Der fuck, die Hitboxen sind ja scheiße hier. Okay. Kommt da irgendwie nicht hin. Ich hab im Klo Sniper Moon gefunden. Herrlich. Ja, auch in den Dixi-Kloß musst du mal nachgucken. Da sind teilweise gute Waffen und so. Wo sie auch hingehören, ne? In den Müll. Ja, ich hab wieder auf jeden Fall... Oh, Scheiße! Uah! Da sind jetzt wieder vier Leute. Gott, was hast du denn mit dem gemacht? Der wurde von diesen Lila fast getroffen. Schiff! Fach zur Hölle! So ein bisschen wie es, ich erinnere mich jetzt auch an Republic-Kommando, wo man auch ein Schild hat, der einen kurz schützt. Ja, es war praktisch. Gut. Ich habe Baris Führeris gefunden. Das ist immer gut. Noch mehr Geld, ja. So, wir müssen wahrscheinlich noch höher, damit wir ihn hochheben können. Warte mal eben, bleib mal kurz stehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die Maus nicht ein ganz klein wenig weicher machen kann. Maus-Gelettung. Machen wir die Maus-Gelettung bitte ein. Vielleicht hilft das. So ein bisschen kam mir das nämlich vor, als wäre die Maus nämlich extrem hart zu spielen. Das ist, glaube ich, die Maus-Empfindlichkeit hochgegangen. So, das weiß ich. Ich habe ja schon eine schnelle Maus. Ich brauche nicht noch eine schnelle In-Game-Steuerung. Da sehe ich wieder einen... So einen grünen Typen. Bäh. Was ist hier denn da gerufen, ey? Da, weil ich ihnen einfach das Hirn rausgespatzt habe. Ja, das war nett, ne? Ne, das war kein Glück. Das war Können, Junge. Schießt noch jemand auf mich. Wo bist du? Warum räumst du nicht deine Seite auf, Mann? Der ist ja neu gekommen. Der ist doch nicht neu gekommen. Der stand die ganze Zeit schon da. Da habe ich ihn nicht gesehen. Oh, schönen Sniper. Wir haben gerade aufgesammelt. Jetzt kann ich wieder mit der Waffe kämpfen. Oh, das tut mir aber leid. Hättest du wohl gerne. Ich glaube, das war der erste Satz, den mein Charakter die ganze Zeit überhaupt gesagt hat. Hast du das gesagt? Ja, ich glaube schon. Money. Geld. 1200 schon. Granate ist immer gut. Ist wie Bactan, ne? Ja. Bacta ist immer gut. Regel Nummer 1. Bacta ist immer gut. Oh, hier ist aber eine Schrotflinde, die dir gefallen wird. 9x23 Schaden, 5 Schüsse im Magazin. Ah, Mist. Du brauchst aber immer 2 pro Schuss. Ist ja natürlich blöd, wenn du gerade zahlen, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber die kann man ja trotzdem... Vielleicht die weiße. Ja, ist auch nicht schlecht. 6x13. Ich nehme mal beide. Dann probiere ich die mal aus, die Schrotflinde. Die gar nicht so aussieht wie eine Schrotflinde, muss man auch dazu sagen. Sieht eher so wie ein Heavy Machine Gun. Wie steht denn dein Charakter? Oh, das gefällt mir. Oh, da habe ich eine Idee. Warte mal eben. Mehr Munition. Was denn? Bleiben wir so stehen. So. Gut. Wir können... Lass dir nur Zeit untertan. Auf unbewirklichen Plattformen umzustehen, ist meine... Es geht aufmerksam. Ach, deswegen zieh. Das fährt er so schnell vorher. Wird er gleich wieder gefangen. Spontal. Da ist ein Nairamon. Da ist eine Pistole. Geld. Ich könnte auch auf den Revolver gehen. Muss ich halt gucken. Hier ist... Hier ist... Mommission. Yeah. Vielleicht ist ein Nairamon vollgepumpt. Und ich stelle keine Fragen. Problem ist, wir werden die auch brauchen. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Gut, die verkaufe ich auf jeden Fall, die eine Schrotflinte. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, er braucht unser Geld. Jo, dann... Wobei, ich glaube, wir kriegen jetzt einen Thumbnail. Weil hier der Boss wird ja angekündigt. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Dann mach das. Äh, was ist das für ein Zeichen, was so unten angezeigt wird? Ich habe ja unten bei der... Äh, Ungeschafts... Äh, Quatsch. Bei der Ungeschaft. Bei der, äh... Achso. Ne, das ist die Fähigkeit. Ich habe ja volle Magazine, deswegen regeneriere ich Leben. Nice. Ja, soll ich reinspringen? Ja. Ups. Okay, ich habe es mir irgendwie eben schon vorgestellt. Komm raus, Flint. Deine Claptrap-Einheit ist wieder da. Das epische kommt gleich. Oh ja. Unsere neuen Folterpüppchen-Jungs, heizt ihn ein. Oh, Anusse. Es tut mir leid, Captain Prince, sir. Oh, Anusse. Ich will, zeigen Sie, ich dich wieder. Muss töten, muss töten. Dann ist er. Braver Junge. Ah, ich brenne. Das ist ungesund. Na, nein. Boah, ich stehe schon wieder fest. Ich will ihn tatsächlich wieder benehmen. Der weiß. Ich will einen Platz finden, wo ich nicht sterbe. Oh. Das ist natürlich ungünstig direkt vorsammelt. Hahaha. Das ist, äh, schon böse. Ja, ich habe noch zwölf Leben und kein Schild. Der Film mag ich nicht. Da vorne liegt Leben. Hier. Wo ich stehe. Ich versuche zu... Nein, er hat mich auf den Weg erschossen, ey. Oh. Ich muss weg. Alter. Auf einmal kann man angeschwungen. Ich will nicht sterben. Ich muss nur ein Schlechtsfilter kommen. Ich will nicht versprechen. Ich will nicht versprechen. Kann man schnell, dass ich spawnen ist, ja. Hahaha. Alter. Ein Tod durch Robber könnte tatsächlich stimmen. Ich glaube, der geht gerade drauf. Juhu. Du bist der Furchterin ist der Liga, die dieser Klasche hier gesehen hat, mein Freund. Gleit dich hier. Alter. Ich wollte zu dir kommen. Das sah ja episch aus. Der kam nämlich... Der kam auf einmal angesprochen mit seiner Axt. Hahaha. Boah, böse. Boah, Deftrap kam echt in der letzten Sekunde rechtzeitig. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Sniper Moon. Noch mehr Sniper Moon. Ne, den wollte ich eigentlich nicht haben. Oh, cool. Oh, ein... Die besser als meine? Nö. Das sind tatsächlich Schnellfeuergewehre. Was nutzt du eigentlich jetzt? Ah, Schnellfeuergewehr, ja. Mit einem 11 Schuss, das ist mir schon wenig. Wie viel Schaden macht meinst du denn? Das macht 33. Das ist ein 20. Denn sind das deine Waffen. Da geht es mir nicht aus. Du blockierst mich. Ringen an dir fest. Ich wollte auf die andere, ich wollte nämlich nochmal kurz zurück und gucken ob man hoch kann. Achso ich glaube nicht. Pistole und was andere. Ich steige, glaube ich, jetzt Abschluss. Lass uns Segel setzen! Oh, ich bin tot. Ich würde nur einen Schreif von dir unten hören. Ich würde immer noch schreien, aber jetzt bist du an dich tot. Du bist am sterben, Moment. Ich gehe unter. Hey, das ist mein erster Tod. Tod durch Selbstmord, ey. Oh Mann, ey. Nehmen wir durch den Gegner gestorben. Aber hey, das will was heißen. Tja, äh. Es sah spannend aus. So, wo bin ich? Wo komme ich raus? Ich fürchte, ich muss lange laufen. Hyperion möchte daran erinnern, dass nur eines schlimmer ist als ein Respawn. Kein Respawn. Das kostet Geld, sich zu Respawn zu lassen. Das ist, wenn man kein Geld hat. Travel, Commencing. Du hast mich mitgezogen. Alter. Oh, die war fast egal aus. Okay, warte mal eben. Wir leeren uns Sanctuary untertan. Du gehst voraus. Sag den Einheimischen, was wir für meine Heimkehr-Party benötigen. Ich bleibe hier, bis wir alles geschafft haben. Erstens, Weiber. Logisch. Zweitens, Kerle. Aber nur hässliche. Ich will abartig Übergewichtige, mit Körpergeruch und Atmen ab. Die Mädels sehen diese Ekelbrocken und zack, stehe ich da wie eine Eins. Auf einmal heißt es nicht mehr, Hau ab, du perverser Roboter. Du fiederst mich an. Wieso weinst du? Ich wusste gar nicht, dass Roboter weinen können. Pass auf. Wenn ich dich in den Arm nehme, hast du aufzuweinen, ja? Aber nicht wieder in diesem Schubfach auffahren. Oh Gott, was ist denn das? Motoröl? Sondern dann heißt es. Claptrap. Rette mich von den Ekelbrocken. Und rangle mich ins Knie. Was ich tun werde. Rettens, wir brauchen ein. Falls die andere Tour nicht funktioniert. Jetzt wird es Luftschwein. Fünfte. Schreibst du das auch mit? Untertan? Wieso? Bist du überhaupt noch da? Hm. Hör den Ball mal auf. Ja, jetzt hat er aufgehört. Einsam. Ne, warte mal, bleib mal stehen. Folgenende. Oh, Auto. Super, jetzt hast du wieder was ausgelöst. Ich sagte Folgenende. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Blutschers könnt in eurem Loch bleiben. Ich seeeeeee dich! Super. Warum lauft ihr hilfstlich zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaub wir drehen um und verziehen uns in unser... Tandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Clatcheride. Gut, wie gesagt, bleib hier.